It's Yuki Time und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und diesmal endlich das 500 Abo Special Video. Das ist so abgefahren. Wir sind mittlerweile 560 Wölfe, also es ist so viel und um das gebührend zu feiern, machen wir natürlich wieder ein Abo Special mit der lieben Armee. Die ist aber heute noch nicht dabei, die kommt erst nächste Woche. Und ja, das Ganze ist, haben wir uns so überlegt, wir machen jetzt in dem ersten Video, deshalb seht ihr heute noch nicht so viel, einfach nur ein Video, um Kommentare zu sammeln, denn es ist ja eine Voraussetzung eben, um am Gewinnspiel überhaupt teilnehmen zu können, einen Kommentar zu schreiben und da müsst ihr nichts weiter tun, als ja, erstmal Hallo zu sagen und dann einfach in den Kommentar reinschreiben, was euch vielleicht bis jetzt gut gefällt, was ihr vielleicht total doof findet. Ihr könnt auch gerne eine Frage stellen und zwar werden wir dann auch im 500 Abo Special Video, wie gesagt mit der lieben Armee, eure Fragen beantworten, das heißt, ihr könnt Fragen stellen an mich, an Armee, zum Kanal, was vielleicht in Zukunft kommen soll, was ihr euch wünscht. Also dafür ist es jetzt gedacht. Das ist eine Voraussetzung, wie gesagt, dann, dass ihr euren Namen schreibt, weil vielleicht der ein oder andere nicht möchte, dass ich seinen YouTube-Namen sage, weil die vielleicht unerkannt bleiben möchten. Dann könnt ihr einfach zum Beispiel unten drunter dann hinschreiben, liebe Grüße Dirk und ich schreibe dann den Gewinner persönlich an. Also keine Sorge, wenn ihr jetzt sagt, okay, hier gibt es doch richtig viele, die Lukas heißen, das macht nichts, weil ich auf den Gewinnzettel dann klammheimlich mit dem Daumen natürlich dann verdeckt in die Kamera dann nur den Namen zeigen werde und dann steht in Klammern dann zum Beispiel, was weiß ich, Cookie64 und das ist dann der Lukas, wie gesagt, oder so. Also wie gesagt, das ist kein Problem. Oder ihr sagt halt, ja, ist mir egal, dann schreibe ich natürlich auch euren YouTube-Namen auf, das ist nicht schlimm, aber wie ihr wollt. Und dann ist die letzte wichtige Voraussetzung, um am Gewinnspiel überhaupt teilnehmen zu können, dass ihr ein Unboxing-Video macht. Das heißt, der Gewinner bekommt ihr dann ein Überraschungspaket geschickt und dann würde ich mich so sehr freuen, wenn derjenige das filmen würde, wie er das öffnet und natürlich auch auf YouTube hochlädt, denn mein erster Gewinner, der liebe Navid, hat das nämlich auch gemacht. Das Video verlinke ich euch mal in meinen Kanal, da freut er sich bestimmt auch und das ist so cool und ich würde mir wünschen, wenn jeder Gewinner auf meinem Kanal das jetzt immer so machen wird, dass er also ein Unboxing-Video macht, damit ich halt auch sehe, wie sehr sich die Person freut oder eben auch nicht. Auf jeden Fall wäre das ziemlich cool. Also darüber würde ich mich echt freuen. Und ja, ansonsten haben wir was richtig Cooles für euch vorbereitet. Ich bin schon richtig gespannt, wie ihr das finden werdet. Das wird auf jeden Fall kein normales 500-Abo-Special-Video, das sage ich schon mal. Es wird auch kein reines Frage-Antwort-Video. Also ihr stellt Fragen, wir beantworten das, das auf jeden Fall auch nicht. Es wird so ein Mischmasch werden aus was total Verrücktem und diesem, wie gesagt, Frage-Antwort-Video-Typus. Und ja, also wie gesagt, ich freue mich schon total. Und ja, wenn ihr mehr Abo-Specials haben wollt, dann gebt diesem Video doch mal einen Daumen nach oben. Ne, Quatsch, das sagen die meisten. Auf jeden Fall, was ich nochmal kurz sagen möchte, wir sind jetzt schon die Hälfte von 1.000. Also wir haben fast 1.000 geschafft. Wir sind 564 Wölfe. Wir haben, glaube ich, insgesamt 51.000 Aufrufe, 113 Facebook-Likes. Und wenn man das mal sich so anguckt in der kurzen Zeit, ich meine, wie schnell sich das entwickelt hat. Ich bin total überrascht und jeden Tag kommen so viele Nachrichten. Das dauert tatsächlich auch richtig lange, immer die alle zu beantworten. Ah, die Zeit nehme ich mir und ja, wow. Und Freitag ist immer der Livestream und was will ich alles machen. Also wie gesagt, ich möchte halt gar nicht aufhalten. Auf jeden Fall, schaltet wieder ein, wenn es heißt. It's Yogi Time! Und dann bis nächste Woche mit Armee natürlich und dem 500-Abo-Special.